Endlich am Bootsanleger angekommen, Autos auspacken, Boote beladen, traumachte Bucht, Felix, du schon ganz nervös? Ja, kleine Batterie an Ausrüstung, mein Bedenke sind ja auch 5 Mann, ne? Genau, für 5 Mann brauchen wir auch so viele Ruten. Na ja, haben wir nur 2 Arme, oder? Einfach nur herrlich. Und da hinten geht es raus, um eine Ecke, auf der offenen Ostsee. Das ist hier unsere Bucht. Hast du das Wasser jetzt alle? Ja. Was machst du jetzt? Halt mir so. Ich wollte schon mal paddeln. Da drüben wollen wir heute hin. Diese Meere brachten. Die Meere brachten. Hier ist ein Schmied. Da drüben wollen wir hier. Die Meere brachten. Die Meere brachten. Die Meere brachten. Das ist hier. Das ist das. Vielen Dank.